Wir hatten, ich glaube, ziemlich genau vor zwei Tagen über einen möglichen Schneesturm am nächsten Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag so in die Richtung geschaut. Und ja, das war nur ein Lauf, es war nur der GFS-Hauptlauf, aber es bestätigt sich vielleicht doch, dass wir mehrere Luftmassengrenzen bekommen könnten nächste Woche mit Tiefsee durchrauschen und somit auch Luftmassengrenzen, die nördlich davon Schnee bringen. Und das sieht aktuell sehr danach aus und dann kann es so aussehen hier wie bei Philipp auf dem Foto. Dankeschön, das war noch von Ende oder Mitte, Ende Januar 2023. Also vielen, vielen Dank und wir starten mit der aktuellen Wetterlage heute beziehungsweise denn morgen früh. Und da kommt eigentlich, das ist schon seit Tagen sehen, endlich nach Süden voran, nämlich dieser gigantische Trog und beziehungsweise dieses gigantische Kaltluftmonster über Skandinavien, was südwärts ziehen möchte bis zu uns und Deutschland jetzt hier mal in rot eingezeichnet, wie immer. Und das zeigt sich auch in 1500 Metern Höhe mit bis zu minus 10 Grad, vor allem im Nordosten Deutschlands. Und jetzt machen wir eine Reise quasi, eine Prognose nicht, sondern einfach nur ein Modell-Update. Was sagen denn die führenden Modelle? Und das ist das GFS-Modell und das ECMWF-Modell mit dem jeweiligen Hauptlauf und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an, was der aktuelle Status Quo ist. Nicht zu ernst nehmen, das ist nicht das Endergebnis, so wird es wahrscheinlich nicht komplett kommen, aber es zeigt doch, in welche Richtung es aktuell gehen kann. Und so starten wir dann eben schon morgen am Sonntag um 10 Uhr, ihr seht es über mir, über meinem Kopf da, über dem Icon quasi, immer die Zeit, für welches Datum dieser Lauf, dieser aktuelle Karte gerechnet wird. Hier ist es eben für 10 Uhr deutsche Zeit am Sonntag, dem 5. Juni. Äh, Juni. Juni, ja, klar, das ist der 5. Juni. Nein, das ist der 5. März und hier sehen wir, dass wir deutliche Schneesignale haben vom amerikanischen Modell. Es ist nicht hoch aufgelöst, dieses Modell, aber es zeigt eben doch, dass ab der Mitte so aus Nordwesten dann eben die Schneefälle kommen können und es so langsam losgeht und es dann die erste richtige Schneefront gibt, da könnte ich sagen, am Dienstag in der Nacht auf Dienstag und da sehen wir, das zieht einmal von Nordwesten nach Südost eben durch. Und wir sehen aber auch, das Ganze ist vermischt mit blauen bzw. grünen Farben und das bedeutet, dass wir in diesen Gebieten auch Schneeregen zu erwarten haben und nicht überall Schnee. Schnee. Schnee wird es wahrscheinlich nur im äußersten Norden Mecklenburg-Vorpommern sein, ansonsten gerade so im Ruhrgebiet, da wo wir die grünen Farben sehen, wird es voraussichtlich alles Regen sein noch. Denn es geht weiter und das ist dann eben der Abend, der Dienstagabend, das eben gerade war der Dienstagfrüh, das ist Dienstagabend und hier sehen wir schon, die Schneefallgrenze sinkt weiter runter bis auf den Boden quasi hier gerade in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und auch im Saarland wird es sehr, sehr starke Schneefälle geben. Das Gebiet wird sich dann aber weiter nach Osten verlagern Richtung Bayern, Thüringen und auch Sachsen. Das wird dort sehr viel Schnee bringen, das wäre dann dieser, ja, dieses Tief, was wir gesehen haben für den Mittwoch, ist jetzt auch wieder vorhanden. Etwas südlicher, aber es ist vorhanden und etwas weniger stark mit diesen Schneemengen, die dann fallen würden, 5 bis vielleicht maximal 10 Zentimetern. Aber das wäre der Status Quo nur für diesen Mittwoch, dann geht es ja weiter mit dem nächsten Tag und dann kommen wir schon, das wäre der Mittwoch, genau, der Mittwoch kam, das war der Dienstagabend und jetzt kommt der Mittwoch. Da kommt direkt das nächste Tief quasi, was sich hier erstrecken wird über gerade Richtung nördliches Baden-Württemberg und Bayern. Vor allem in den südlichen Landesteilen von Baden-Württemberg und Bayern wird es noch Regen sein. Das ist ganz interessant, hier ist die Schneefallgrenze bzw. die Luftmassengrenze sehr aktiv, im Norden davon Schnee, im Süden davon Regen und dann käme das zusammen auch wieder um und bei 5 bis 10 Zentimeter und das ginge dann weiter mit der nächsten Front am Donnerstag, mit dem nächsten Tief. Wieder hier die Schneefallgrenze, die ist ein bisschen weiter in den Norden gerutscht, das heißt die Luftmassengrenze ist ein bisschen weiter Richtung, ja, vor allem Hessen, Thüringen, so in der Art, Richtung Sachsen, auch noch Erzgebirge, alles was da runterliegt. Da wird der Schnee wieder antauen nach diesem Modell, da muss man immer im Konjunktiv bleiben, könnte, würde, das ist noch nicht sicher. Das ist ganz, ganz wichtig und dann kommt der ganz brachale Samstag in dem GFS Hauptlauf, den wir hier sehen, mit einer gigantischen Schneefront, mit einem gigantischen Tief, was durchziehen muss und möchte von Nordwesten nach, bzw. Südwesten nach Nordosten, so würde es aussehen. Und das wären die Schneemengen, die da zusammenkommen würden, also verbreitet eine leichte Schneedecke in Deutschland und dann würde dieses Tief sogar noch weiterziehen. Und man sieht aber auch, und das ist ganz interessant, hier oben ist das L eingesechnet für Low, heißt also, das wäre der Kern des Tiefs. Und wir sehen, dass wir gerade im Norden, also gerade so Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht noch Hamburg, dass es hier als Schnee niedergehen würde. Alles andere darunter ist in dem Bereich der zu warmen Luft des Tiefs und somit wäre das hier alles, aber auch wirklich alles, Regen. Und dann würde auch die meiste Zeit wieder das, was davor zusammenkam, an Schnee wieder schmelzen. Und nur im äußersten Norden würde sich neuer Schnee dann dazu orientieren und dazusetzen. Alles weitere im Süden würde auch so langsam, aber sicher wegtauen. So, jetzt atmen wir alle mal durch. Es ist ganz, ganz viel los gewesen, ganz, ganz viele Karten. Und wir gucken einmal kurz als kleiner Break, als kleiner Pausenunterbrecher auf die NRO und auf die AO. Das ist also quasi die NRO ist die nordatlantische Oszillation und die AO ist die arktische Oszillation. NRO bedeutet das Druckgebilde zwischen Island, Grönland und dem Nordatlantik. Und die AO, ganz plakativ gesagt, ganz vereinfacht gesagt, der Zustand des troposphärischen Polarwirbels. Und wir sehen, die NRO ist im negativen Bereich. Das heißt, wir haben über Island, Grönland und dem Nordatlantik eher Hochdruck vorhanden aktuell. Und das geht dann aber nach oben. Aber ganz hinten sieht man, es geht wieder leicht nach unten. Das heißt, theoretisch kommt dann noch ein zweiter Block gerade Richtung 2. März-Hälfte, dann Richtung 3. vielleicht 3. März-Dekade. Möglicherweise kann das passieren. Warum? Schauen wir uns am Ende nochmal an. Und auch die AO zeigt, dass wir im negativen Bereich sind. Das geht dann zwar ein bisschen nach oben, aber nichtsdestotrotz heißt also, dass wir erstmal in einer gestörten Zirkulation leben werden. Haben wir auch gesehen, die Luftmasse bzw. die Großwetterlage der nächsten Zeit ist ja mehr als gestört. So, Teil 2 folgt mit dem ECMWF-Modell. Auch mit dem Start jetzt für morgen schon für Sonntag. Und da sehen wir ein bisschen detaillierter, was hier abgehen kann. Hier kommt auch von Nordwesten nach Südosten Schnee herein in Form von Schauern. Und diese Schauer sind aber hier, seht ihr es, so extrem kräftig teilweise. Das heißt, es kommen durchaus Schauereien von der Nordsee, die sehr, sehr kräftig sein können und punktuell kurze und sehr, sehr kräftige Schneeschauer bringen können und werden. Das heißt, hier in diesen Gebieten kann es sein, jetzt muss man das nicht auf den Punkt genauer nehmen, aber in diesen Gebieten kann es durchaus sein, dass wir mal eine kurze Anzuckerung erleben werden. Sieht man hier auch, hier und da sind so manche Flecke möglich. Vor allem im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern. Und dann geht es weiter mit der nächsten Schneeüberraschung. Und gerade jetzt für den Norden in dem Fall, und zwar schon am Montag in der Nacht. Auf Montag hätten wir ein sehr starkes Band, was gerade so Richtung Hamburg, Schleswig-Holstein und auch Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht nördliches Brandenburg auch noch und Sachsen-Anhalt eine Schneewalze bringen würde mit eben Temperaturen im negativen Bereich und Schnee von bis zu 5, vielleicht sogar 7 Zentimetern. 8 habe ich hier einmal gesehen, eine 8 Zentimeter Marke sogar Richtung Hamburg. Man muss dazu sagen, ihr seht das jetzt vielleicht schon, das ECMWF-Modell lässt den Schnee sehr schnell liegen und lässt den dann auch längere Zeit liegen, da wir wahrscheinlich nicht überall und vor allem nicht jeden Tag Dauerfrost bekommen werden, sondern nur ganz vereinzelt mal punktuell, wird das wohl eher eine unrealistischere Variante sein. Vor allem mit der Liegenbleibzeit quasi, das ist definitiv zu unrealistisch, finde ich zumindest. Dann geht es aber weiter mit dem nächsten Tag, der Dienstag hier. Gerade Richtung Mittag zeigt die nächste Front, die im Vorfeld Regen bringen würde und danach alles in Richtung Schnee übergehen würde. Danach folgen weitere Schneeschauer von der Nordsee aus Nordwesten und das bliebe dann in dem Fall als Status Quo an Schnee liegen. Die nächste Front, die wir haben, beziehungsweise das nächste Tief, was wir haben, das wäre Dienst, Mittwoch, wie wir gerade auch schon gesehen haben beim amerikanischen Modell. Hier ist es noch ein bisschen kräftiger und das sehen wir auch in den Schneehöhen. Sehr, sehr kräftige Schneehöhen hier rund um die südliche Mitte, auch Richtung Bayern, Baden-Württemberg dann am Ende. Hier kann es richtig viel schneiden, gerade in den höheren Lagen der Mittelgebirgen, gerade auch Erzgebirge, Harz zum Beispiel auch, kann es bis zu 30 Zentimeter nach diesem Modell zumindest schneiden. Dann geht es weiter mit der nächsten Schneefront, beziehungsweise mit dem nächsten Tief. Auch hier wird das Ganze ein bisschen weiter nach Norden verschoben, dann Richtung Donnerstag, hatten wir ja gerade auch schon gesehen, da sind sich die Modelle relativ einig. Im Norden gibt es etwas mehr, also im nördlichen Teil des Tiefs gibt es etwas mehr Schnee, im südlichen Teil etwas mehr und starken Regen. Das Ganze zieht ja nach Norden und dann würde es Richtung, gerade Richtung Nordwesten, da wo wir letztes Mal auch waren, Richtung Münster, also nordwestliches Niedersachsen, dort gerade auch Richtung Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein auch noch, da würde es wahrscheinlich ziemlich viel schneiden. Das Ganze würde dann noch sogar weiter abziehen Richtung Nordosten und würde dann Mecklenburg-Vorpommern und vor allem auch Berlin-Brandenburg mit Schnee beglücken, könnte man sagen, oder auch beängstigen, wie man das sieht. Und dann ziehe das nächste Tief durch, eben, da sieht man das L links Richtung NRW, das wäre dann der Samstag, den wir gerade gesehen haben. Hier wäre es auch so, dass vor allem der Norden in der kälteren Luft bleiben würde und den Schnee abbekommen würde. Der Süden wohl eher, beziehungsweise ab der nördlichen Mitte, könnte man sagen, südwärts ist es dann wohl Regen und das würde man auch Richtung Niederschlagswahrscheinlichkeit beziehungsweise Richtung Schneehöhe dann sehen. Der Norden wäre komplett eingeschneit, bis zu 15 beziehungsweise 20 Zentimetern Schnee. Ja, Wahnsinn. Und alles darunter ist eigentlich fast weggetaut, könnte man sagen, außer in den Hochlagen der Mittelgebirge und auch im Erzgebirge. Das ist also wirklich eine sehr, sehr interessante und eine sehr unsichere Lage, wo am Ende genau die Luftmassengrenze zu stehen und zu stocken bleibt. Es ist wirklich eine unfassbare, hochdynamische Wetterlage, die wir in der kommenden Woche haben. Die Wetterwoche wird eine sehr, sehr spannende und eine sehr, sehr schnee- und sturmreiche Wetterlage und vor allem eine sehr niederschlagsreiche Wetterlage, was ja auch sehr wichtig ist für unseren aktuellen Niederschlag, dass der mal ein bisschen fällt. So, wir fangen an mit ein paar 16-Tage-Trends, diesmal für den Norden, für Lübeck. Da habe ich einmal rausgesucht, da sieht man, dass wir durchaus die ganze Zeit unter der roten Linie sind. Das heißt, es bleibt hier definitiv wahrscheinlich längere Zeit zu kalt. Mit den Temperaturen an 1.500 Metern Höhen auch am Boden wäre das zumindest immer mal wieder Nachtfrostgefahr. Dauerfrost wird es hier wohl nicht geben. Dafür aber immer mal wieder, und das jetzt schon ab Sonntag beginnend, Schnee. Hier sind die Schneesignale fürs norddeutsche Tiefland doch relativ eindeutig hoch und somit auch für einen März sehr ungewöhnlich hoch, muss man sagen. Als Gegenpart habe ich jetzt mal Stuttgart rausgesucht für den Südwesten Deutschlands quasi. Und da sehen wir, wir sind nur am Anfang, jetzt gerade quasi am Sonntag, Montag, im unterdurchschnittlich zu kalten Bereich. Danach sind wir doch deutlich im neutralen Bereich, beziehungsweise sogar leicht zu warmen Bereich. Das liegt daran, dass hier wahrscheinlich die Luftmassengrenze immer wieder auf der warmen Seite liegen wird. Und das sieht man auch in den Temperaturen am Boden, denn es wird auf jeden Fall wärmer werden, viel wärmer werden, vielleicht sogar über 5 Grad am Tag. Das will ich nicht ausschließen. Es gibt sogar Läufe, die wollen hier hoch bis auf 20 Grad. Aber das wollen wir jetzt mal nicht weiter thematisieren, denn, da kommen wir gleich zu, es gibt dann auch eine zweite Sache, warum ich denke, dass diese Läufe da oben erst einmal nicht stattfinden werden. Die Schneesignale für Stuttgart sehen aber auch relativ hoch aus, weil wenn mal so etwas kommt, dann ist es gleich relativ viel. Deswegen sind die Ausschläge relativ hoch, da es hier auch mit Luftmassengrenzen zu tun hat. Und jetzt habe ich gerade gesagt, das hier ist der Grund, warum ich glaube, dass wir noch nicht durch sind, auch ab Mitte März nicht durch sind mit dieser vielleicht spätwinterlichen Lage. Auch Ende März kann auch etwas passieren. Und ich glaube, das passiert sogar auch, denn wir haben hier den Polarwirbel, hätte ich fast gesagt, die Zonalwinde in 10 Hektopascal Höhe, das heißt, da oben, wo eben der Polarwirbel ist. Und wir sehen jetzt gerade hier mit der weißen Linie das Jetzt quasi. Und wir sind im negativen Bereich und bleiben dort auch und sind erst so Richtung 11.12. März im wieder neutralen und dann auch positiven Bereich. Das heißt, der Polarwirbel regeneriert sich sogar nochmal und kommt nochmal richtig zur Geltung. Aber, also für diese Verhältnisse zur Geltung, würde ich mal sagen, für diese Jahreszeit zur Geltung. Aber so ein Ereignis, so ein Negativereignis, das heißt, die Winde drehen sich um von Ost nach West, beziehungsweise von West nach Ost, also sie drehen dann von Ost nach West, könnte man sagen. Und das heißt am Ende, dass diese Auswirkungen dieses Major Warmings, das gerade stattfindet, erst später kommen. Das heißt, erst wenn wir wieder Richtung positiver Bereich gehen, erst dann können diese Auswirkungen kommen. Das heißt, wir müssen noch eine Woche warten, mindestens, bis wir die Auswirkungen des nächsten Major Warmings sehen. Und wahrscheinlich, würde ich zumindest sagen, ist meine aktuelle Vermutung, dass wir dann auch wieder mal einen nächsten Kaltlufteinbruch erwarten können, Richtung 20. beziehungsweise 25. März. Und dann ist aber auch wahrscheinlich erst einmal Schluss mit der Kälte. Und dann ist es, dass wir dann noch ein paar Minuten, bis wir dann noch ein paar Minuten, bis wir dann noch ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020